Ich habe für dich noch das perfekte Muttertauchsgeschenk, damit die Mammis noch hübscher werden und zwar unsere Fitline Forever. Das ist eine hochwertige Tages- und Nachtcreme und hat die Besonderheiten, dass da ein Anti-Pollution-Filter drin ist. Das heißt, da wird der Umweltschmutz von der Haut abgehalten und sie hat natürlich auch unser Nährstoff-Transport-Konzept. Das bedeutet, dass sie durch alle Hautschichten durchzieht und einfach dorthin kommt, wo die Haut gebildet wird und das ist am Ende des Tages eben extrem wichtig. Nicht nur oben zugleistern, wie es billige Cremes machen, sondern hier hochwertig deine Haut unterstützen, dass sie leuchtet, dass sie schön ist, dass du jugendlich aussiehst, respektive natürlich die Mammis. Und da habe ich für dich sogar eine Muttertagsaktion, schreib mich an, dann erfährst du die und ich habe noch einige im Lager. Das heißt, du kannst sie sofort bei mir abholen und hast noch kurzfristig ein Geschenk.